Das ist Willi. Und Willi wird heute von einem gigantischen Wal gefressen. Und damit Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Ziegen-Simulator Teil 3. Ma'am, könnten Sie bitte... Hallo? Was wollen... Was wollen ihr denn alle? Weck mir die, Alter! Leute, hier hinten ist so Alien-Schleim. Den haben wir in der letzten Folge freigeschaltet. Und ich hab jetzt... Also ich will was testen. Und... Oh, Alter! Kann es sein, dass wir mit dem Schleim deutlich höher springen können? Ja, ja, guck mal hier! Ah, dafür ist der gut zum Springen. Aber alles okay. Hier angeblich in der Bucht soll ein gigantischer Wal sein Unwesen treiben. Vielleicht ist es auch ein Hai? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das ist eines meiner Willi. Hör auf, deinen Arsch am Boden zu rubbeln. Danke. Eins meiner größten Ängste. Oh, ich nehme kurz das Fahrrad. Ja, Willi fährt... Leidenschaftlich gerne Fahrrad. Äh, balancieren... Ja, warte. Ich muss... Ich muss balancieren... Na, Willi! Willi, aber du musst doch auch zur Seide fahren! Ach, komm, du kannst kein Fahrrad fahren. Da vorne sehe ich auch eine Lichtsäule. Kann ich euch denn erstmal... Kann ich euch denn nicht vorschicken? Ich habe echt Angst. Ach Gott. Es tut mir leid. Das ist eine meiner irrationalen Ängste. Da hinten habe ich was gesehen. Bauch der Bestie. Also, ich kann sagen, bisschen Werbung in eigener Sache. Oh nein, ich habe das Buch gar nicht hier rumliegen, oder? Auf jeden Fall in meinem neuen Buch. Da geht es um das Beschmuder-Dreieck und vielleicht auch um ein Wal. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ma'am? Ah, nee, Sir? Ist das Säure? Eigentlich müsste das ja Magensäure sein. Okay, man kann hier einfach ganz normal durchs Wasser schmippen. Leute, ihr müsst hier... Wir müssen auch hier raus. Ich mache einfach seine Zähne kaputt. Ich schlage seine Zähne ein. Ja, okay, das funktioniert nicht. Hier muss es doch irgendein Secret geben, was wir einsammeln können. Ah, guck mal. Hier haben wir zumindest eine Statue. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwie noch was anderes bekommt. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen an den Gaumen. Einmal hier rüber. Und verkackt. Ich muss den Gaumen irgendwie wegschlecken. Warte mal. Komm mal mit. Trampolin. Komm mal mit. Das packen wir hier. Hier drunter. Nein. Nein, ich habe das Trampolin verloren. Ich muss doch hier an den... Ah, guck mal. Hier kann man auch springen. Und rauf. Lass mich hier raus. Ja, jetzt, 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 jetzt. Ja. Perfekt. Spuck. Mann, spuck mich aus. Ja, und jetzt. Und let's go. Boom. Ja, ich bin drauf. Komm. Ja. Bitte. Alter. Let's go. Oh, da oben kann man eine Sandburg bauen. Let's go. Hier längs. Oh, ich habe es immer geliebt am Strand. Okay, es klingelt an der Tür. So, da ist gerade ein Weihnachtspaket von meinem Vater angekommen. Äh, hat man mich umgeklatscht? Ah, nee, warte. Hier längs. Okay. Welcome to San Angora Octopark. Ah, das ist ein Park, der sich um... Oh. Um Oct... Das ist ein riesiger Octopus hier. Oh, hier gibt's Donuts. Sorry, ich muss hier einmal rein. Ich liebe Donuts. Hallo, Ma'am. Ich hätte gerne einmal... Donuts. Bitte. Warum gibt's denn hier keine... Sorry. Okay, tschüss. Kann man hier feiern gehen? Alter, ich bin hier im Club. Let's go. Hier gibt's die Party. Oh, 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 oh. Die Party. Pl... Hä? Junge, habe ich hier gerade hochhackige Schuhe an? Ich finde das faszinierend. Das sind ja so mega hohe Absätze. Also, dass Leute darauf laufen können, ohne sich die Beine zu brechen. So, ich würde jetzt aber trotzdem ganz gerne eine Sandburg bauen. Das wäre wirklich cool. Oh, was ist hier? Aua. Entschuldigung. So, hallo. Oh, sorry, Officer. Oh, guck mal hier. Alter, das sieht ja richtig cool aus. Sandburgen im Sand. Neues Event. Baue eine neue und bessere Sandskulptur. Okay, ich habe die jetzt erstmal... Ja, sorry, das musste ich ja machen. Ah ja, okay. Ich nehme so einen Eimer. So, den fülle ich. Mit gutem, leckerem, frischem Wasser. Und lehnen hier? Ne. So geht das nicht. Hä? Achso, ich soll den mit Sand füllen, den Eimer, oder was? Ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch keine Schaufel. Leute, ich brauche eine Schaufel. Warte, hier. Als ob. Das ist ja richtig mies. Ich mache die Sandbogen von anderen Leuten kaputt, damit ich... Okay, ja, sehr gut. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier? Dankeschön. Zack. Sehr gut. Jetzt kann ich zumindest mit dem Rettungsring nicht untergehen. So, hier mache ich die Sandburg kaputt. Boah, kennt ihr das? Ihr seid im Urlaub, baut eine Sandburg, wollt am nächsten Tag weiterbauen. Und dann ist sie einfach kaputt. Das rede ich mies. Ich brauche mal andere Schuhe. Die Schuhe fühle ich nicht ganz so. Ich nehme wieder die GLP-Beinwickel. Hallo. Ja, immer eincremen. Wichtig. Eincremen. Zack. Aber ich brauche noch mehr. Ja, sehr gut. Die hier. Boah, das ist auch purer Luxus. Wenn die... Ey! Sag mal, die wollten mich gerade treten. Du machst dich mal schön... Nein! Mein... Oh, Gott sei Dank. Ja, das haben sie davon, Ma'am. Sie haben angefangen. So, einer noch. Wo ist jetzt noch so eine räudige Sandburg? Ist hier noch eine? Oh, ich höre die Polizei. Ah, hier vorne. Ja. Zack. Und? Alle, hopp! Alter, was denn... Was denn jetzt hier passiert? Äh. Es ist... Es ist das, was ich denke. Das ist eine Counter-Strike-Map. Als ob. Das ist... Wenn mich nicht alles täuscht, das zwei. Okay, aber was ist mit... Warum gerade... Hallo? Weg mit dir! Aua! Hier bin ich immer... Ja, ja, hier kommst du... Da ist aber keine richtige Tür, soweit ich weiß. Ja, klar. Hier ist... Hier ist A lang, glaube ich. Ja, ja, das ist A lang. Ah, guck mal, jetzt habe ich einen tollen... Ja, sehr gut. Ich habe einen Eimer als Kopf. Schön. Ist hier unten noch was? Nee. Kann ich jetzt einfach rausgehen? Ja. Das war schon ganz cool. Äh, das muss man dem Spiel lassen. Diese Secrets in dem Game sind schon... Sind schon echt 10 von 10. Mein Auto... Aua! Ich habe gesagt, mein Auto. Ich muss nach hier vorne. Entschuldigung, Polizei. Oh, oh! Nixper... Oh, da ist ein Monster-Jump. Den will ich mir kurz mal holen. Äh, da fahren wir am besten... Ja, von hier aus. Ich glaube, so viel Anschwung brauchen wir auch nicht. Da ist der komische Schleim. Und go. Wir müssen nur richtig treffen. Ah! Perfekt getroffen! Oh, nein! Nicht, bitte nicht wieder der Wahl! Öh, ich will hier raus. Ich will hier raus, bitte. Äh, ich bin... Okay, ich war gerade unter der Map. Aber ich bin jetzt lieber ein Ridder. Und zwar ein Ridder der Tafelrunde. Turnierlanze. Aua! Denn, 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 denn... Yeah! Ich bin der neue Königsmord. Ja! Ich bin der König. Ihr müsst jetzt genau das machen, was ich will. Ja! Das sieht explosiv aus. Oh! Oh, nee. Oh, das ist jetzt blöd. Pack mal schön. Oh, 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 oh. Schnell weg. War ich nicht. So, warte. Ich wollte eigentlich nach hier oben. Oh, was ist denn hier? Ah, das ist ein Kino. Muss ich hier rein? Hallo. Die verlorenen Kassetten. Oh, da ist ein Fernseher. Dankeschön. Okay, mein Kopf ist jetzt ein Fernseher. Berge die Relikte. Ja, aber wo sollen die denn sein? Boah, das geht mir ein bisschen auf den Sack mit dem Fernseher. Es tut mir leid. Das ändere ich. Ich bin wieder die Toilette. Wie immer. Verlehrt die Toilette. Oh, Alter. Hier gibt es ein bisschen Money. Können wir das für irgendwas einsetzen? Nee. Aber woher kriege ich jetzt Kassetten? Also hier sind die ja nicht. Weil hier muss ich die reinschieben. Wurden die Relikte geklaut? Ah, guck mal hier. Hier ist doch eins. Wie viele sollen das denn sein? Sind auf jeden Fall mehr als einer, weil da steht Berge die Relikte. So, das erste. Okay, ich hab's einfach geschafft. Läuft noch nach Jahren. Ja, exzellent. Was ist das für ein Film? Freies Geld. Du musst 500 aus dem Automaten abheben. Aber erst mal kurz mal Film gucken. Das ist ein Liebesfilm, glaube ich. Oh, küssen die sich jetzt? Okay. Ist ein Kackfil. So, was soll ich hier aus dem... Ich muss das 500 mal schlagen. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, komm. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt das Ding mal 500 schlagen. Und in der Zwischenzeit... War's das für heute? Ey. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne einen kleinen Like da lassen. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos schaut gerne vorbei. Guckt auch gerne auf paluten.shop. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.